Jo, meine Gympros und Fitness-Fanatiker, willkommen zurück im Kraftlager. Hier ist euer Host Lex Bandex, der Guru des Gains. Zusammen mit meinem unschlagbaren Trainingspartner Max Latex, heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Eine epische Geschichte, voller Kraft, Adrenalin und natürlich Gain! Nun, meine Freunde, normalerweise geben wir euch Fitness-Tipps und teilen unsere Workouts mit euch, aber heute wird es wild. Vor einiger Zeit haben wir uns mit unseren besten Kumpels zusammen im Gym getroffen und eine Dungeons & Dragons-Kampagne gespielt, die es so noch nie gab. Und diese Geschichte wollen wir jetzt mit euch teilen. Eine Geschichte voller Abenteuer, Magie und natürlich Gain! Bereitet euch vor auf eine Reise durch Heisen, ein Land voller Muskeln, Monster und natürlich mächtigen Proteinshakes. Also rein ins Heisen-Gymbros! Packt euer Workout-Equipment und taucht ein in die Welt von Heisen! Es wird keine reguläre D&D-Kampagne sein, das verspreche ich euch! Hier kommen die Heisen Chronicles, unsere Geschichte voller Power und natürlich Gains! Es begann mit den Jahren der Fremdscham, der goldene Drache Alessandro der Bessere, ein Herrscher von unbestreitbarer Macht, strebte danach, die Welt zu erobern. Die Ära des Alessandro folgte, in der sein Reich Handelsrouten eine einheitliche Währung und Religion über die gesamte bekannte Welt etablierte. Doch trotz seiner Bemühungen blieben die Unterschiede zwischen den Rassen und ihrer Fremdenfeindlichkeit bestehen. Nach 2000 Amtsjahren verschwand Alessandro kommentarlos. Das Jahrtausend der Ratlosigkeit folgte, in dem Regionen um die verwaiste Krone stritten und Autonomie anstrebten. Dann kam das Jahrtausend der Republik, in dem die Rimulaner sich abspalteten und ihren Stadtstaat zu internationaler Größe führten. Maximus Vitae, Sohn eines Praetors, wurde ein gefeierter General und eroberte das Alessandrische Reich für die Rimulanische Republik. Er kehrte triumphierend in die Hauptstadt Rimulus zurück, um seinen Sieg zu feiern. Maximus kniete vor dem Senat, doch anstatt die Macht an sich zu reißen, bat er um Land und Rente für seine Mitstreiter. Er wurde zum Protektor des Senats und verbreitete den Kult des Alessandro mit Feuereifer. Während die Republik zerfiel, wuchs die Macht des Kultes. Magiebegabte wurden sanktioniert und mussten dem Kult Gold für ihre magischen Leistungen abliefern. Das Zeitalter der positiven Fehlerkultur begann, als die Magie plötzlich versiegte. Viele Zauberer verloren ihre Kräfte und neue Magiebegabte wurden nicht mehr geboren. Das Sterben begann und das Chaos brach aus. Hunger, Seuchen, Krieg und Chaos zersetzten die alte Welt. Maximus Vitae kämpfte mit den letzten verbliebenen Magiern, die Weltordnung zu wahren und zu helfen, wo sie konnten. Und gerade als sich die Welt daran gewöhnt hatte, ihre Probleme ohne Magie zu lösen, kehrte diese langsam zurück. Junge Magier tauchten überall in den Tempeln auf, um den Weg des Alessandro zu folgen. Die Welt änderte sich erneut. In Winholm kam es zu einem Skandal, als die Herrscherin des Landes, die Winterkönigin, die Alessandro-Kulte, abschaffte, um ihr Land von dem Jahrtausendealten Joch zu befreien. Die Winterkönigin und ihre Verbündeten sammelten ein großes Heer, bereit für den bevorstehenden Marsch nach Österreich, um dem Kult zuvor zu kommen und eine seiner wichtigsten Hochburgen im Sturm zu nehmen. Inmitten dieses riesigen Heerlagers unter einer erbarmungslos brennenden Sonne fanden sich Pelaios Music, Rogar Shamash, Fagrim, Fireforge und Kursk vor ihrem Kommandanten ein, um eine wichtige Order zu erhalten. Kommandant Alois Gampa, ein imposanter Goblin mit einem Magen, der nach guten Mahlzeiten verlangte, schrie seine Befehle, die vom Wind davongetragen wurden, als er wild gestikulierte. Ihr werdet auf Wunsch von Ruth Shamash, Rekrut Rogars fürsorgliche Mütterchen, nach Heisen reisen und ein altes Wachhaus am Fluss besetzen. »Brühte der rundliche Kommandant, dabei schüttelte er wütend seinen hochroten Kopf und schaute in Richtung des Geistes abwesend vor sich hin grinsenden Rogar. Der Drachkin-Paladin, Nesthäckchen aus einer wohlhabenden Familie in Tür, der Hauptstadt von Winholm, stand mit einem leichten Grinsen da. Seine Mutter hatte ganze Arbeit geleistet, um ihm einen vermeintlich sicheren Posten zu verschaffen. Kursk, ein wettergegabter, hartgesottener Wallfänger, Ergebnis einer betrunkenen Liebesnacht zwischen einer blauäugigen Magd und einem umtriebigen, vagabundierenden Org, schüttelte ebenfalls den Kopf. »Sicherer Wachposten weit ab der Front. Das klingt nach einem schlechten Witz.« Rogar ignorierte die spöttischen Blicke und stierte weiter Gedanken verloren in die Ferne. »Ein Witz? Das ist ein Befehl. Ihr werdet das alte Wachhaus noch heute besetzen, sonst reiße ich euch den A... auf. Das ist keine Komödie, ihr Idioten!«, brüllte der Kommandant ungehalten. Die Rekruten, von den Worten getroffen wie von einem Hammerschlag, wurden von Alois Gamper mit einem abschätzigen Blick bemessen, bevor er sie mit einer knappen Geste entließ. In hektischer Betriebsamkeit machten sich die Rekruten daran, Proviant aus dem riesigen Heerlager zu beschaffen. Roga legte besonderen Wert darauf, für die Reise bestens ausgestattet zu sein. Unter den skeptischen Blicken von Fagrim und Kursk ergatterte der einen Esel und einen Karren, auf dem er seine Kissen und tollen Bettdecken sorgfältig verstaute. Fagrim, der Zwergenbarbar aus der Schmiedegilde, richtete sich an Kursk, der sein Äffchen, Mr. Chuchu, das er seinem ehemaligen Kapitän entwendet hatte, als Kursk im Hafen von Windwacht den Wallfänger hinter sich ließ, Erdnüsse fütterte. »Schaut euch diesen Luxus an, als ob er ins Schlaf gemachte Königin zieht. In meiner Heimat, Sven, reicht ein großer Stein als Kissen, aber jeder, wie er mag.« Kursk antwortete ruhig, immer noch den Paladin beim Verladen seiner Kissen betrachtend, »Jeder hat seine Vorlieben, wilde mit ihren Steinen und blaubrütige mit ihren Kissen.« Der Zwerg blickte ihn beleidigt an und fragte, »Und welche Vorlieben haben stinkende Seegurken wie du?« »Töten«, antwortete Kursk, ohne den Zwerg anzublicken, der seine Augen rollte und schwieg. Währenddessen stolperte Pelaios Music, der tieflingische Barde mit den imposanten, ein Meter fünfzig langen Hörnern, über ein prächtiges Rapier. Seine Augen leuchteten vor Gier, als er das glänzende Metall bewunderte. Anmutig drehte er sich zum Händler, einem halbnackten Zwerg namens Grimm Faust Eisenhammer, und verlieh seinen Worten mit einem verschmitzten Lächeln so viel Charme, wie er konnte. »Dieses Rapier, mein guter Mann, wird sich wunderbar in meinen Händen machen. Gebt es mir zu einem angemessenen Preis, und ich singe euch ein Lied in der Taverne.« Grimm Faust Eisenhammer, ein Mann von kantigem Gesicht und geschäftigem Verstand, musterte Pelaios und das Rapier. »Ein Liebeslied über mich und meine geliebte Helga, und ich gewähre euch einen Rabatt von zehn Goldstücken.« Pelaios Hörner zuckten aufgeregt. »Ein Deal, mein Freund, ein Deal. Ihr werdet von Pelaios Music heute Abend in der Taverne ein Lied hören, das nur für euch beide erklingen wird. Das verspreche ich euch,« erwiderte Pelaios mit einem aufgeregten Lächeln. Der Zwerg schien sichtlich erfreut, machte jedoch eine abwehrende Handbewegung. »Aber, Herr Pelaios Music, Sie könnten mir auch jetzt schon eine Kostprobe geben. Es wäre mir wirklich...« Der Barde unterbrach Grimm Faust entwaffnend charmant. »Ja, Eisenhammer, die Geschichte Ihrer Liebe zu Ihrer Helga verdient eine große Bühne. Es wäre nicht dasselbe, wenn ich Sie hier an Ihrem kleinen Stand zum Besten gebe.« Der Schmied gab sich mit einem Seufzen geschlagen und hob die Hände. »Also gut, dann freue ich mich darauf, Ihrem Auftritt heute Abend beizuwohnen, Herr Music.« Der Barde verbeugte sich und wollte das Rapier ergreifen, doch der Schmied zog es zu sich. »Bis heute Abend werde ich Ihr Rapier noch einmal kräftig aufpolieren. Sie werden begeistert sein.« Der Barde lächelte erfreut und verabschiedete sich mit einem Handschlag von dem Schmied, bevor er sich zurück zu seinen Gefährten begab, wo Hoga das Verstauen seiner Habseligkeiten gerade beendet hatte. Als dieser Pelaios sah, klatschte der freudig in die Hände. »So, Jungs, jalla, auf zum Wachhaus!« sprach er laut und mit einer gewissen Freude von diesem überfüllten Heerlager wegzukommen. Kursk und Fahrgrim, die es sich mittlerweile auf einem Baumstamm gemütlich gemacht hatten, zuckten mit den Schultern, während Pelaios schockiert widersprach. »Oh nein, doch nicht heute, wir können erst morgen aufbrechen. Ich habe Grimmfaust Eisenhammer eben versprochen, heute Abend in der Taverne für ihn und seine wundervolle Helga zu spielen.« Es folgte ein lautes Schweigen, bevor der Zwerg in schallendes Gelächter ausbrach und die anderen beiden den Barden weiter schweigend ansahen. Das kleine Äffchen, Mr. Chuchu, setzte sich auf die Schulter des Barden und schien seinen Protest zu unterstützen, indem er sich in die Brust legte und einen piepsigen Schrei von sich gab. »Sagt mal, spinnt ihr alle. Wir sollten zur alten Wache aufbrechen, nicht in einer Taverne herumtrailern.« schimpfte Roga, der sich schon am Abend vor einem warmen Kaminfeuersitzen gesehen hatte. »Ihr habt den Kommandanten gehört. Er hat uns eine klare Order erteilt.« Kursk nutzte die Gelegenheit, um seinem Unmut Luft zu machen. »Dann sagt doch diese D*** von einem Kommandanten, dass er sich sein D***-Wachhaus dorthin schieben kann, wo die Sonne nicht scheint.« »Was sollen wir dort? Ich bin ein Krieger.« »Kein Wachhund. Ich und Mr. Chuchu wollen Blut sehen.« »Nicht in einem choleraverseuchten Wachhauskarten spielen.« »Mutter.« Und verschwenkte die Arme vor seiner breiten Brust, wobei er den Paladin herausfordernd anblitzte, bevor er sich vorsichtig umsah. Ob jemand seine mutige Haltung bewunderte, aber nur der Zwerg sah ihn schämisch grinsend an. Fagrim hatte schon gerochen, dass es sich bei dem Dienst in der Wache um eine sorgenfreie Stelle ohne viele Verpflichtungen oder Kontrollen handelte, und freute sich, diesem überheblichen Halborg in den Rücken zu fallen. Er stellte sich neben Ruga. »Unser furchtloser Anführer hat Recht. Der Kommandant hat uns eine klare Order gegeben, die wir ausführen müssen.« »Du und dein verlaustes Affenvieh könnt euch ja an den Schafen in der Gegend vergehen.« Pelaios, der bemerkte, dass die anderen die Wichtigkeit seines Auftritts nicht verstanden hatten, versuchte sie, noch einmal von der Dringlichkeit zu überzeugen. »Hört mal, dieses Rapier, das ich für diesen Auftritt bekomme, ist einfach wundervoll. Ich habe noch nie eine Waffe gesehen, die so gut zu mir passt, und Grimmfaust möchte sie mir schenken. »Für die Darbietung meines Liebeslieds. Helga und Grimmfaust, eine Liebe fernab der Wirklichkeit. Heute Abend in der Taverne.« Er schlug eine dramatische Pose ein und spielte eine Melodie auf seiner Laute. Ruga schüttelte wütend den Kopf und hob abwehrend die Hände. »Ich werde nicht die Verantwortung für diesen Unsinn übernehmen.« knurrte er. »Wenn ihr hierbleiben wollt, tut es. Ich werde mich auf den Weg zur Wache machen. Mit oder ohne euch.« Kursk hatte weiter seine Arme verschränkt und verzog keine Miene, aber Pelaios, der sich seiner Entscheidung bewusst wurde, überlegte einen Moment und schlug dann vor. »Wie wäre es, wenn ich morgen früh mit dem Kommandanten über den Auftritt spreche? Vielleicht können wir dann zur Wache aufbrechen.« Ein Moment besonderer Vernunft durchzog die Gruppe, als sie dem Vorschlag zustimmten, kurz bevor am anderen Ende des Heerlagers die wütende Stimme des Kommandanten explodierte. »Die sollten doch schon längst auf dem Weg sein!« Ruga schäumte vor Wut, als der Kommandant nach ihm rief. »Rekrut, Schamasch! Sofort antreten!« Während er Pelaios mit einem vernichtenden Blick durchbohrte. Der Barde bemerkte dies allerdings nicht. Er schaute verträumt in die Luft, als wäre er von der Welt um ihn herum entrückt. »Rekrut, Schamasch! Sofort antreten!« Donnerte die Stimme des Kommandanten erneut durch das Heerlager. »Der Kommandant hat dich gerufen, Ruga. Findest du nicht, du solltest einmal hingehen? Vielleicht will er dir einen Orden verleihen.« Sprach Pelaios verträumt, den Text für sein Lied im Kopf durchgehend. Der Zwerg Fagrim lachte herzhaft, schob seinen mächtigen Bart zur Seite und spöttelte. »Oder ein weiteres Kissen.« Kursk holte sein Äffchen von Pelaios' Schulter herunter und fütterte ihm ein Stück Wurst, während Ruga vor Wut kochte. »Pelaios, komm mit. Erkläre dem Kommandanten deinen glorreichen Plan.« Pelaios schüttelte schockiert den Kopf. »Aber er hat doch dich gerufen, mein heldenmütiger Anführer. Sag ihm, ich werde morgen früh mit ihm reden. Ich muss mich wirklich auf meinen Auftritt vorbereiten.« Ruga starrte den Tiefling ungläubig an und presste die Worte zwischen seinen Spitzenzähnen hervor. »Du kommst jetzt mit.« Die Gruppe schaute gespannt zu, wie Ruga und Pelaios in Richtung des Kommandanten marschierten. Die Stimme des Kommandanten war noch am anderen Ende des Heerlagers zu hören. »Quack«, schimpfte der Halborg. »Ich hoffe, er schickt uns jetzt doch an die Front.« Der Zwerg schüttelte den Kopf. »Meinst du, ich sollte den beiden sagen, dass Eisenhammer ein guter Freund von mir ist und ich das Rapier bestimmt umsonst bekomme? Er schuldet mir noch etwas.« Kursk blickte Fagrim einen Moment verständnislos an und pustete dann los. In der Ferne konnte man den Kommandanten noch immer toben hören, als Pelaios mit hängendem Kopf neben Ruga zu ihnen zurückkehrte. Noch bevor Ruga die beiden gemütlich Herumlungernden erreicht hatte, blaffte er sie an. »Wir marschieren jetzt zur alten Wache. Keine Diskussion.« Die Nacht brach herein, als die Truppe in Richtung der alten Wache aufbrach. Sie zogen vorbei an den kleinen Feuern, die über das Lager verteilt waren, und sahen die Schatten der Männer, die sich um sie scharrten. Rochen den Rauch und den Schweiß, der in der Luft hing. Sie spürten den angenehm kühlen Wind, der ihnen entgegenblies und frische Luft aus den umliegenden Wäldern mit sich trug. Sie bemerkten die Unterhaltungen und die Kartenspiele, die an den Feuern stattfanden. Sie sahen die Gesichter der Soldaten, die mal müde, mal fröhlich, mal besorgt aussahen. Kamen an dem improvisierten Wirtshaus vorbei, wo einige Soldaten sich noch einen letzten Schluck gönnten, bevor sie sich zur Ruhe legten. Hörten das Gelächter und das Klappern der Krüge, das von den Holzwänden widerhallte. Sie fühlten sich wie Fremde in dieser Welt, die sie nun verließen und wandten sich ab, und das monotone Knirschen der Schotterstraße begleitete sie auf ihrem Weg, der sie zur alten Wache führen würde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020